Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zatoichi. Heute mangelt es mir an Kraft. Ich male einen Lauch. So, weiter geht's. Ja? Jetzt bekommt der Lauch noch ein paar Wurzeln. Kann der Lauch sich ansiedeln? Weiter links. Relele links. Schwudelt. Schwudelt. Der Nächsten weiter links. Ja. Drei Stück. Das ist mein Lauch. Ich hoffe, euch verlässt die Kraft nicht. Schön, dass ihr da wart. Und bis dann. Ach ja, und wenn ihr wollt, folgt mir doch gerne bei Instagram und YouTube unter zato.war.